Hallo. Hallo. So, bei dem Level bin ich grad mit Mercy. Das ist 11, gell? Dann ist noch ein Level dazwischen und dann ist ein Boss Level. Ah, das Level danach ist das Hurenso Level mit dem Mini-Boss. Also denkst du, denkst du, das ist dann Mini-Boss. Du denkst, dass dann Mini-Boss ist mit einer Frau und Bogen, gell? Ja, du denkst. Du denkst, du hast die gestern gemacht. Wir sollten alle töten. Und sonst machen wir ja so eine Aufnahme, würde ich sagen, wo wir einmal durchrennen. Also so eine 6 Stunden Aufnahme. Wenn du dafür Zeit hast. Okay, mach, bitte, bitte, ich hab vergang. Okay. Okay, mach den da hinten mal. Wer, 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 der da hinten? Nein. Ah, der war. Ja, ja, der war eigentlich schon tot, aber. Nackt. Ich bin nicht vorher gestorben, du Loser. Weil du schlecht bist. Zack. Einfach in den Rücken rein, macht Spaß, oder? Und dann zack, den auch. Und den ja auch. Oh, ich hätt' die mit dem Kuhner herabwerfen können, so gut ich bin. So gut wie ich bin. So gut ich bin. Äh, guck mal nach, äh, Dings direkt. Viel welche sind. Ja, warte mal. Wie viele hier sind? Alter, bist du doof? Pass auf, pass auf, da kommt direkt einer. Was? Was zur Hölle? Wieso was zur Hölle? Was ist die Monat? Nee, ich... Ich war hier angeblich zurück, der würde ich ja vorne gucken, wieso soll das... Was ist um mit dem Typen, wo sind beide Toten, der trötet noch. Der bin ja mit Blümchen oder was? Mach mal ein bisschen hin. Oh, scheiße. Oh, alles gut. Ach, derger, ich wollte doch... So, den Typ hier vorne kannst du nicht sofort töten. Er wird sofort gesehen. Dann lock ihn doch weg. In der Glöcke. Ah, ja, stimmt. Also, hier kann ich nicht weiter, lol. Hier oben. Dann bist du dumm. Oh, ich hab gar nicht gesehen. Hier ist direkt in seinem Weg. Ja, ich war doch gar nicht so, dass du mir kommt. So, für dich. Ah, hier ist der Schüssel, ich wusste es, egal. Ist echt schon so. So, Ausnahm nach Schüssel. Warte, hier in dem Level gibt es noch... Äh, vier weiter, das heißt, im Nächten gibt es noch drei Uhr. Faktiger, ich muss linkellen. Alles, Herr, wie man, an den Kieren. Ran. Ja, aber vor den Augen von seinem Typen, aber der Typ hat sich gecheckt, wo es hinterm Busch war. Schießt, du. So, hier oben ist der Hurensohnbundschütze. Ich glaube, ihr seid keine Hurensohnbundschütze. Na, da oben fehlen, ach so. Ja, ja, da geht man sofort hin. Glaube ich. Blabbi. Alles gut. Ah, ja, mich gegen Baumschub tippet. Bin so gut. Ah, genau, hier war vorhin die Lichtwand. Ja, pass auf, hier sind zwei. Warte. Alles gut. Aha. Alles, dann gleich oben, Schütze. Man macht es so, die Leichen weg, das ist doch vollkommen egal. Ich verstehe im Prinzip alle Leichen weg, das ist eine andere Challenge. Also, aber nur deine Challenge. Hast du in Ordnung? So, nächster Checkpoint. Hier sollte, glaube ich, eine sein. Oder? 8,40 Meter, 105 Meter, 210 Meter und 293 Meter. Ja, fast. Die ist nicht 50 Meter. Äh, hier kann man easy durchrennen. Aber wir müssen alle killen. Richtig. Warte, warte, warte. Ich gehe oben lang. Nicht mal bei den Moku. Ah, perfekt, der ist keiner. Ich kill die oben, die Wichser, okay? Ja, ja. So, ich glaube, es sind nur noch Leute oben. Ah, ne, da hinten sind noch zwei. Hab einen Bogen, Schützen. Okay, ich noch den anderen kurz. Ja, einer ist, einer ist, okay. Warte, warte, warte. Hab ihn. Oh, bei mir wird gerade eng. Alles gut. Bitte nicht verkacken. Ab ihn. Das ist wegen dir übrigens auch auffällig geworden. Warum? Keine Ahnung, der hat irgendwas von dir gesehen. Keiner gar nicht. Zack, zack. Ja, Lüge. Einmal so viel Spaß sehen, richtig schön in den Rückenramm. Ja, ja, aber auch so in den Bauchmanns-Ressorten. Wie geil ist das bitte? Na, danke. Ich bin so gut auch eine Leiche wegmachen. Ich kann es zu gern machen. Hier soll keiner mehr sein. Ist das die Leiche noch leer? Äh, ist hier eine Schriftrolle irgendwo? Da hinten sind drei. Und hier vorne ist noch einer, ja. Hier, war klar. Hier im Haus oben. Oben? Ja. Ja. War klar, hier in der Ruine. Mann, haben die den zugerichtet, den, äh, den guten, äh, dunklen. So, hier. Ist interessant, was? Du mal, hier ist es. Warte, ich sehe es mal noch nicht. Warte doch mal. Hier ist ein Secret. Wo ist die Secret? Hier. Warte, hier ist ein Typ. Ja. Der hat nichts gesehen. Da ist was gesehen. Oh, man kann hier oben auch lang. Ja, hier ist ein Wasserfluss. Hallo, Wasserspaß. Ja, ich hab dich nicht gefunden, da hab ich mich zu so einem Typen tippet. Dann geh ich meinen Weg. Ich komme nach. Oh, Spaß. Was mir gerne interessiert. Meine Fässer, und ich kann nichts dagegen machen, man. Ich dumm bin. Ja, bist du okay. Ja, ich bin dumm. Meine Fässer ist das Game dumm. Manchmal. Aber eine gesehen, was meine Fässer ist. Ich bin ein Bogenschütz. Ach, warum klinge ich einfach nicht? Ja, komm her. Ja, doch. Ach, warum die Fässer ist das Game parenthue? Ja, ich kann nicht sagen. ey man, das hinweg gehen. hör dûdrehen und da sind sicher glo beats der falligenhay in der Fähigung. äh da sollte einer drin sein an die Routine nenne ich bin nicht kaum wieder rein kannst du mal Bandung kurz machen mehr was er überwarten erne ich bin mehr entgegen das schon ob gut zu sehen wie die mich alle sehen nichts wird er dann er hat irgendetwas gehört Prozent mit Kupfer der Erdnacht über den Typen hier an Prozent alles gut ja nichts gut nichts gut wo geschützt ich habe ihn alter was sind wir beide für skiller so von hier aus kann man da oben machen und da ist doch ganz in dem bauch haben wir doch nicht an den hals leider nur dann ist halt noch ein bogenschützer zum beispiel zu viel übrig bist du so schlecht ist gegen den typen gestorben ich habe mich einfach vor dir gestellt der typ ist auch tot ja ja alles gut bist du ich war einmal weiter hier ist eine schussrolle wo gibt es sonst noch welche lief lolle da hinten sind noch zwei muss eh da hinten zur brücke gerade hin naja es geht auch weiter oder hinten ist noch ein leichter muss kurz wieder zurück das kann sich an den baum was geht denn jetzt du kannst dich auf die kiste an den baum wenn du willst was ist in der kiste hier und dann an den baum wenn du ihn beschattest so bin ich immer runter gekommen den hier keine ahnung auf welchen du guckst sie ist auf einfach runter nein ich sehe den punkt nicht ich kann meine kamera freidrehen aber ich will gerne wissen welchen auf welchen nicht an den sakura baum da vorne so ok und wo jetzt sondern an den pfeiler da der vor mir an den wenn du dein kopf ein bisschen weiter nach links drehst nach links auf den hier weiter links ich kann ja beschatten ja der war den baum hier ja du hast keine energie so bin ich so weit kann ich nicht bringen ja ach ist das gelbe schwul brauchst du einfach lange hat mir keiner gesagt jetzt hatte ich hier noch mal jetzt auch ohne rauf kommen können ja aber es war mir zu schwer so wo fehlt noch eine ey ach schaff dich weil hier wirst du wiederbelebt das bin ich gar nicht kommt das was ich jetzt denke oder das habe ich eh noch nie benutzt was nicht ein schein hast du jetzt siehst du den tümer der grösen meinte der speziell ach guck zwei ist der dritte vorhin gleiche weg machen mach ich mach schon ist doch mein job ich mach den alter bist du schlecht fast achtung der typ hat seinen gesehen ja weil du da hingelaufen bist im licht keine energie junger für den ich habe keine energie er hat es dumm ich konnte nichts machen auf dem Pfeiler das über mit der Szenerie das ist ein cooles das ist ein coole schuss solle place placement tötung der wohnschutz zieht sich das gelb nur ich bin kurz weil ich kommt da nicht hoch ja kein links von oder ich habe einen coole in morgen lass mich doch ein mann coole mit verarbeitet so wie war sie mal wie hast du das geschafft ich dachte die brücke weg ich kann ins haus gehen lassen woher weißt du das ich denke da ist einer jungen warum leben die lichttypen auf kaputten brücken und warum hat das spiel so eine kamerasicht dass man dass man es nicht sieht dass sie kaputt ist ja ich habe sie ich habe es gesehen auch beim ersten nehmen von da aus auf zu uns ist nicht es kaputt ist er einfach nur so planen und so beim weniger ob es aber auch sagt da vorne soll es sein sag denkst du ich hoffe es findet keiner ich lebe wieder ich muss jetzt sein zurücklaufen wegen der schusssolle wir von so einer ok ich habe und fast mit anfertig dann lasse ich erst 1 Prozent erst mal das hier in diesem unsichtbar sein und ich sage ich mittlerweile in sinnen an Prozent schatten dass wir gehen darf der Explosionsdinge nirgendwo an den linken alles töten ne die Blenden nur alle Blenden nur aber trotzdem cool aufpassen wäre ach so hat er mich gesehen war er als gut ich ich habe da ist noch einer alles gut her ich mache den ich mache den mein job meine fest ist doch nicht mein job hey warum geht er wird überlegt weil die überlicht guckst ja ja ich habe es gesehen aber ich darf von einer der du bist noch hier hallohin n hollis korrekt als die Kumpel Juni mit den guten Zorn ich bin was machst du denn sie ist der Weg geht es schon wieder zurückkehren er liebt die Säcke das gehen ist aus dem Hubsen Söhne was ich muss nicht so oft sind ich muss nicht auch so eine kleine Insel tp und er hat er bricht ein Jahr er hat er gab es also so zwischen den mäßig war so ein bisschen bis bei der links äh welchen das ist ein bisschen weiter rechtlich auf die Insel kommt wenn so rechts drück ab auf einmal weil würde ich doch links gelandet der anderen im Wasser die Übers gescannt die nur immer von der Stimme wie ein Idiot in sich gelaufen gehen doch nicht ignorieren ja ja warte 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 ok es behindert ja ok gehen 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 das ist ja klug ist auch immer sogar die Leichen weg jetzt will ich das immer nicht machen aber ich war es halt wenn niemand mehr da ist ja hier die Brücke hier so eine verscampte Scheiße ist einfach scheiße blind das ist der übelste Scam Hi ja ich werde schon wieder fassen ist Wasser gefallen wegen dem Game Sack im Bauer alter ach so das zählt nicht als Scham ach so das zählt nicht als Scham so jetzt lass mich mal kurz etwas machen lass ihn leben ja doch okay den 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 oder auch nicht der hat sich erwischt ja komm das hat sich umbringen nicht töten ja ich hab mich schon töten ich hab Angst Lenny hat den getötet ich bin aber nicht Lenny zack zack aber scheiße und auch nicht das kann sogar an die Schienen platzieren also nicht Schienen aber doch ne 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 Shizuina nicht ist krass alter ich hab mich schon dreimal verkriegt oh guck da schon wieder bei den Bug da hm ist er hier ich hab sie nicht gesehen nein also ich mach die Leiche weg wo kann man äftet wo diese die Leiche weg du kannst das zu zweit entfernen dadurch wird sich schneller aber es sieht geiler aus ja beide einfach wieso ich mach gleich weg ich mach gleich weg ich hab so ein einfach so guter Kombo ich hab die meinte er und du und ich mach gleich weg äh so funktioniert das nicht ja ich hab nur Energy NP dein teammate safety er ist nur wegen dir ausgebezeichnet worden ja ich weiß ich wollte Schatten energieren ach so die ja ich habe hier eine lichtkugel kaputt gemacht ja warte ich hab meine leiche vergessen eisenbogen schützen ja er hat mich gesehen bitte nicht warte noch du kannst doch einfach an die wand gehen um den zu töten warum machst du nicht so schlecht die Insta geht das als einrichtig das Kiel was weiß ich gar nicht gucken sind wir alles von neu machen auch aber stellte sich ja auch so an hat die Klub von mir ich gehe ich mache das hier diesmal hatte so ist ist er dumm ist aus wie wenn er verschwindet während er so dumm steht er macht die Kuhler weg nun so ist es noch Stein Job Scheißanfänger der KDM Eifersenhaus von Röntgen spüren der Handbrogenschützer ist das zu teurer schwerer und wir sind sogar kann ich verkackt sondern ich habe verloren wegen die aber du bist doch zuerst gestorben ja mein keller wer ist jetzt ein loser loser in hd schon zu ihr und jetzt sagt ich muss mich jetzt an dem hausrechten das kann ich nicht auf mir sitzen lassen ich muss eigentlich verborgen sind sie ich bin einfach reingegangen aber mal du die blöde es ist einfach schrecklich dran drücken bis es rot ist sagt es war ein moko der typ da den kriegst du vielleicht für mich sicher geht folgt und sagen ich will auch schon sagen die gleiche heißt text ich könnte mich sehen praktisch ist es ein eingesetzt wird was er kann nur bei der zahler als er hat mich bei der entnimmt hier ist gar nicht gemacht die Lüge nach und erster ich für ein krasser Team in der Saison nämlich sind und ich will zu erheben gar nichts schaffen er will kommen jetzt hier hoch eine Etage höher ich bin hier draußen noch vollkommen aber der Keg ist der falschen Seite gelaufen was ist gehen wenn es selber schlägt sagt der Typ der schon so oft durchgespielt hat jetzt habe ich dich Exposed das hätte ich jetzt eher in der letzten Folge er hat er erwartet und warum Meister Mäcki Kette es ist okay es ist es ist er zuerst sollte Kapitel Nussens 12 das heißt jetzt kommt der Bogentyp endlich das ist er das ist der Urlaub und Erinnerungsteil im Alter der ist böse Alter ja Kierke das waren deine Mistreiten in der Dachu in der Dachu in der Dachu in der Dachu Dachu oder und die leicht lichtgeweiten ich habe sie schon mal gewöhnt Leichtgewicht ja ich lese den Teil des Wortes rein mit den Rest zusammen weil sie geduckt kommen zeichnen die meine Eltern der Mord und also im Kampf im Krieg gekämpft haben sie auch im Kampf gekämpft es muss die Sendung sein es muss die Sendung sein kamen es war die perfekte Gelegenheit Kommerungszeichen meine Eltern endlich zu rächen und und schlugen zu Kommerungszeichen aber sie haben es kommen sehen Punktungszeichen unsere Rache wird sie treffen auch oh Kommerungszeichen das wird nicht nötig sein boah sie sind tot Punktungszeichen ach ich oh Digga ich habe sie getötet Punktungszeichen sie alle Punktungszeichen ihrer ganze Stadt habe ich im Schutt und Asche im Echt Punktungszeichen als Maru tötete Parmalungszeichen erwachte den Zorn Erwachte eine große Martin mehr Punktungszeichen die Verloten Besinnung das ist nicht wahr man aber das einfach das ist Ordnung Punktungszeichen die den Tod Punktungszeichen meine Familie und meine Freunde waren nicht ihre einzigen Opfer Punktungszeichen was ist so Punktungszeichen hier und hier hatten sie Menschen auf dem ganzen Kontinent ermordet Punktungszeichen Digga das ist doch nicht wahr ich habe zu Glück Aragami gewählt aber von jener Nacht dann schwor ich mir Punktungszeichen was die Welt macht kennen sollte Punktungszeichen ich schwor Punktungszeichen alle Menschen von den Angriffen nicht nicht schützen Punktungszeichen endlich Pause dann tauchen wir nicht auch Punktungszeichen ich hole einen Zeitart der Unterdrückung einleiten die gelungen Punktungszeichen wer du bist du bist nur ein schlitter von dieses anderes zu werden da kann nie tun wir diesen Schild Punkt der Generale Kaio könnte sich hier mit in die nicht Punktungszeichen sei vorsichtig wow ich weiß kommalungszeichen ich habe schon tausendmal gesagt kommalungszeichen aber wow sei vorsichtig ich schaffe das dann hier mit dem Haus gemacht das ist ja richtig schön ich habe sie bei dem Samstag und ich habe bis jetzt nie ein Bett gesehen doch habe ich zwei Stück im Gesamten gehen werden nicht nur alle es kann aber nicht sein es geht und damit verabschieden hat mein der wer test ist ich das vertrete ziemlich die 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 die